Huckleberry ist eine Statue in aller Ehre, denn heute ist er auf einem Abenteuer. Schon das Geschirr anzuziehen war für ihn etwas ganz Neues, doch er hat es sich problemlos gefallen lassen. Wir haben mit ihm das Tierheim verlassen, um einen kleinen Spaziergang zu machen, denn wir finden immer, gerade für Jagdhunde ist es einfach so wichtig, in die Natur zu kommen, etwas zu riechen und zu sehen. Huckleberry macht dies relativ gut dafür, dass es sein erster Spaziergang zu sein scheint. Er läuft, ist nicht festgefroren wie eine Statue, was auch manchmal passiert, und guckt sich eigentlich alles an und schnüffelt herum. Einen Teil des Weges haben wir ihn getragen, denn auch Menschenkontakt ist für Huckleberry sehr, sehr wichtig. Wir denken, dass wenn man sich für diesen reizenden Jungen etwas Zeit nimmt, er zu einem tollen Begleiter und sanftmütigen Freund werden kann.